So sieht es aus, wenn man Beobachtung gesehen nur das Verhalten. So wurde zumindest jahrzehntgelang an Kunden gearbeitet. Man hat sich das Verhalten angeschaut, man wusste nicht genau, wie das entsteht, warum das entsteht, welche Einflussfaktoren es dort gibt und man hat an dem Verhalten rumgepasst, meistens nicht besonders nett. Das heißt, man hat die Grundlage von vielen Trainings, ich sage bewusst nur Trainings und nicht Erziehung, weil das ist ja auch etwas anderes, man hat aber eben lange suggeriert, dass Training Erziehung ist und die Idee war die, wenn ich einem Hund ein Kommando beibringe, der das tut, was ich will, dann kann er ja nicht mehr das unerwünschte Verhalten zeigen. Also auf gut Deutsch, wenn der Hund einfach jemanden weisen will und ich sage ihm Sitz, dann macht der Hund Sitz. Ja, das funktioniert nicht, das wissen wir alle. Wenn der Hund sich verweisen will oder kann man noch so oft Sitz reinholen, das funktioniert nicht. Oder man hat den Hund geschlagen oder gerissen oder eben anders vom Verhalten abgebracht. Mehr war bei den meisten Trainings nicht. Also es war Kommando basiert. Und an die Ursachen, also der große Eisberg darunter, an dem wurde gar nicht gearbeitet. Man wusste, konnte sich das auch nicht erklären, wie Verhalten entsteht. Und meistens wurde es mit der Rangordnung sich erklärt, warum der Hund Verhaltensprobleme hat. Denn wenn er ja weiß, dass er in der Rangordnung ganz unten ist, dann haben wir keine Probleme und dann wird er ja das machen, was wir wollen. So war die Vorstellung. Nur so als kleines Beispiel, wenn man mit Hunden zusammenlebt. Ich habe noch nie einen anderen Hund erlebt, wie er einem anderen Hund etwas vorschreibt. Ich kenne keinen Hund, der einen sagt, komm her, Sitz oder irgendetwas anderes. Wenn im Zwischenleben zwischen Hunden, da geht es meistens um Grenzen, die sie verteidigen. Also meinen Knochen oder solche Dinge zum Beispiel. Da gibt es dann Konflikte. Aber solange von, sagen wir, ich bin jetzt Gold wie Rex und das ist mein Knochen und das ist mein Liegeplatz und ich habe alles, was ich will, ist mir ziemlich egal, was mein Kollege, der Dackelhans macht. Der kann drei Tage lang spazieren gehen, ist mir ziemlich wurscht. Also, dessen muss ich halt immer bewusst sein, dass wir unnatürliche Dinge verlangen vom Hund, was auch teilweise legitim ist, aber wir haben natürlich keinsterweise etwas in einer Rangordnung. Ja, und Gott sei Dank ist endlich der Hund in das Interessenswerteforschen gerückt. Der Hund war lange Zeit für Forscher völlig uninteressant. Das ist so ein, die gibt es immer, die sind jetzt spannend. Das war wesentlich, manche wesentlich mehr über Löwen herausgefunden gehabt, als über Hunde. Das wurde an Wölfen lange geforscht, immer anspannt. Die Ergebnisse hatten dann auch versucht, dort Hunde zu übertragen, kann man oft aber gar nicht. Und teilweise schon, aber teilweise eben überhaupt nicht. Und Gott sei Dank wissen wir eben heute mehr über Hunde und es wird professionell unser wahrscheinlich erstes domestiziertes Tier, der Hund, erforscht. Ja, und zwar, wir sehen eben oben die Eisbergspitze. Ich merke das, es gibt sie ganz gerne, weil sie eben veranschaulichen, wie man arbeiten sollte. Also das Verhalten ist nur die Eisbergspitze und die ganzen Ursachenländer, die natürlich die Haupt, also ein viel größerer Teil, über die kann man jetzt mehr herauskommen können. Und wenn man diese mehr versteht, kann man sichereres und besseres Training mehr leisten. Das ist natürlich ein Riesenteil und ich habe nach ungefähr 35 Minuten, ich werde Ihnen zumindest einen Teil davon, einen Teil der Frisch oder einen Teil davon mitbekommen. Hier nur ein kurzer Überblick. Wir wissen mehr über die Domestikation von Hunden. Auch hier gab es für andere Theorien als heute, die plausibler sind. Über die Sozialstruktur, wir leben den Hunden zusammen. Wir kennen alle das alte Rangordnungskonzept vom Alpha, Beta, Gamma hier. Das ist überholt, das wissen wir, dass das heute nicht so ist. Wir wissen, dass die Hunde sowieso nicht unbedingt guckend Tiere sind, sondern wesentlich solitärer leben, als zum Beispiel Wölfe. Über die Neurobiologie wissen wir mehr über kognitive Fähigkeiten, also zu was sind sie imstande zu denken. Bewusst zu denken, über Verhaltensmedizin ganz ein wichtiger Aspekt. Welche medizinischen Aspekte haben einen Einfluss auf Verhaltensprobleme? Ganz, ganz wichtig ungefähr, es gibt Studien, die sagen, dass bei Verhaltensproblemen zu etwa 70 Prozent der Runde ein medizinisches Problem unter anderem haben. Das ist verständlich, wenn man Rückenschmerzen hat, ist man nicht unbedingt gut drauf. Wenn das nicht erkannt wird, weil man nicht geschult ist im Ausdrucksverhalten, entsteht natürlich schnell ein Aggressionsproblem. Man stellt sich nur vor, ich habe gerade Rückenschmerzen, vielleicht sogar eine Entzündung im Rücken, wo mein Besitzer sagt, das ist keine sehr angenehme Vorstellung. Und wenn der Hund dann beißt, dann ist das geheule groß. Die Sinne des Hundes, auch hier wissen wir mehr, ganz wichtig hier natürlich der Gerufssinn. Die Hunde haben einen sehr ausgeträgten Gerufssinn, brauchen den auch, um sich zu orientieren. Auch hier, das ist etwas, was im Training oft nicht berücksichtigt wird. Auch das wichtig zu bedenken. Über die Genetik von Hunden und schlussendlich auch über die Ethologie und insbesondere das Ausdrucksverhalten von Hunden. Wissen wir mehr. Wir wissen, dass sie ganz feine Signale senden. Das ist ein eigenes Thema, da könnte man wahrscheinlich ein ganzes Wochenendseminar füllen. Ich habe jetzt diesen Überblick in Einführung gegeben, obwohl wir darüber jetzt natürlich in einer halben Stunde nicht mehr reden können. Aber dass wir vielleicht heimgehen und sagen, man ist zu Sinn, ich gehe heim und schaue mir an, was es da gibt. Ich hole ja Bücher, informiere mich darüber. Dass man weiß, der Eisberg ist groß. Das, was hier nichts ist, glaube ich da. Das übrigens zwei ganz tolle Forscher hier. Adam Miklochi, ein ugerischer Professor, der sich gut auseinandersetzt. Und der hier vorne, der Professor Beckhoff aus Amerika, auch ganz ein toller Forscher, der einem ganz, ganz viele Sachen ausgebunden hat. Ja, und hier kommen wir auch schon zum Thema. Wir wissen es alle heutzutage, jeder geht in eine Publischule. Jeder will es richtig machen, wenn man einen Hund holt. Und wenn man sich das anschaut, es gibt verschiedenste Hundeschulen, Hundezeitungen, Bücher, Foren. Meine Lieblinge, die Fernsehhundetrainer, die Lieblinge. Und schlussendlich, wenn man sich verschiedene Bücher anschaut und verschiedene Sendungen, sind die Leute meistens schlichtwegs verunsichert. Wem soll man denn glauben? Und das finde ich auch absolut legitim. Weil wenn man in ein Büchergeschäft geht, im Talier zum Beispiel, eine riesen Bücherecke. Übrigens meiner Meinung nach 90% der Bücher schlecht bzw. gefährlich. Aber sie verkaufen sich gut. Und wenn die Leute durchblättern, die Leute haben keine Ahnung, welches Buch sollen sie kaufen, sollen sie das kaufen, was Nummer 1 ist für den Verkaufsschlagern. Dann schlagen sie das nächste auf und sehen, da steht ja ganz was anderes drin. Und für den Lein ist es auch wirklich kaum möglich herauszufinden, was stimmt denn jetzt und was nicht. Also das ist sicher schade, dass die meisten Bücher und die meisten Fernsehsendungen rein auf Verkaufs, da geht es schlichtwegs um Verkauf, gerade im Fernsehen, da geht es darum, um Werbung zu verkaufen. Leider übrigens auch der ORF, der von Steuergeldern finanziert wird. Keine Sendungen, die wissenschaftlich basiert sind. Und ich finde, Wissenschaft ist ein objektiver Faktor, an dem man Dinge messen kann. Und ich finde, Wissenschaft gehört die zum Hundertraining. Und wir haben auch schon wissenschaftliche Erkenntnisse. Leider sind viele Dinge noch nicht auf Hundeplatz angekommen. Ja, wem soll man glauben? Übrigens auch bitte mir nicht einfach glauben, sondern heimgehen und mal schauen, stimmt das, was ich jetzt hier alles erzählt habe. Ja. Bezüglich Gewaltanwendung. Gewalt ist schlussendlich ein Begriff, der, ja, ist sicher ein Schlagwort, unter dem verschiedene Leute verschiedene Dinge verstehen. Und es ist auch teilweise, hängt vom Bund ab. Wenn ich sensibel bin, empfinde ich manche Dinge schlimmer, als wenn ich nicht so sensibel bin. Das ist individuell zu sehen. Hier habe ich ein paar Dinge, zumindest mal aufgelistet. Methoden, die noch gang und gäbe sind, die ich unter Gewalt verstehe. Zum Beispiel kommandobasiertes Training und das in der Regel aufgebaut mit dem Druck. Also Sitz oder ich drücke dich nieder. Isolation, nicht beachten. Du machst nicht, was du willst, ich beachte dich nicht mehr. Oder ich sperre dich weg. Auf Hundeplätzen für gang und gäbe den Hund vor, eine Stunde in die Box zu sperren. Klar, die sind wesentlich, wenn die wissen, hey, das ist jetzt meine Zeit und wenn ich nicht brav komme, komme ich wieder in die Box. Natürlich wird das funktionieren. Ist psychische Gewalt. Flodding, ganz beliebt. Man schleift den Hund durchs Einkaufszentrum, bis er am Anfang reagieren, Hunde wisst. Nur es ist so, dass eben ein Erregungslevel nicht für immer gehalten werden kann, sondern irgendwann sich pflegt. Man kennt das selber. Man regt sich auf, kommt nicht raus aus der Situation. Man kann nicht stundenlang rumbrüllen, hysterisch. Irgendwann hört man auf damit. Nach außen hin wirken die Hunde ruhiger. Nur therapiert sich diese Hunde nicht. Ist auch leider unter schlechten Hundetränen noch weit verbreitet. Es gibt wesentlich bessere Methoden. Besonders ist diese Methode sehr rückfällig. Keine Entscheidungsfreiheit. Also du bist, ich bin der Chef, ich bestimme, was du tust. Das ist ein ganz wichtiger Grundfaktor eines jeden Säugetiers. Kontrolle zu haben. Kontrolle ist nicht, andere zu kontrollieren, sondern Kontrolle über mich selber zu haben. Zu wissen, der Hund runterkommt, fällt natürlich auch konsequent. Also zu wissen, wenn ich das tue, macht mein Mensch das. Und mich manchmal so und so. So weiß ich, was passiert, so kenne ich die Spielregeln des Lebens. Das ist darunter gemeint. Und darunter fällt natürlich auch, Entscheidungen zu treffen. Kein Tier hält sich andere Tiere als Sklaven, so wie wir uns Hundeträder verhalten. Teilweise muss man den Hund einschränken. Gerade in der Stadt, ich lebe mit drei Hunden in der Stadt. Ich weiß, dass meine Hunde nicht so viele Entscheidungsfreiheiten hatten. Haben wir unser Hund zum Beispiel, der etwa Arl, der mit mir groß wurde. Unser Hund zum Beispiel, wenn der Nachbarshund kam und wälte, haben wir den rauslassen und wir sind zusammen spazieren gegangen. Ist für meine Hunde nicht möglich. Aber ich weiß das und ich versuche, ihm zumindest so viele Entscheidungsmöglichkeiten zu geben, wie möglich. Übrigens auch bei Tierheimhunden, die sehr gefährlich sind. Dann fahre ich halt raus in die Prampung und lasse ihn doch mal entscheiden, ob er den Weg gehen will oder dem. Wir kommen immer zurück irgendwie zum Auto. Sind noch nie verloren gegangen. Aber das Gegenteil davon sind eben Trainings, die darauf basieren, dem Hund zu sagen, ich bestimme, was du machst. Ja, bei Verhaltensproblemkontrolle als Lösung. Also, wenn ich dem Hund beibringe, den Fuß und wahrscheinlich noch mittels ersten Ruck. Wenn ich Fuß sack oder sitze, dann kann er ja nicht beißen. Das ist nur ein Management, wenn ich es positiv aufbaue. Ein gutes. Das ist aber keine Lösung für ein Verhaltensproblem. Deprivation von Futter, also Entzug von Futter, Sozialpartner oder Umwelteindrücken. Also, ich schwärre dich weg. Wenn du dich nicht so verhältst, dann darfst du nicht bei uns in der Gruppe sein. Zum Beispiel der Monty Roberts, der angebliche Pferdeflüsterer, arbeitet ganz stark damit. Ein soziales Lebewesen-Pferd wird weggedrängt, wenn es nicht das macht, was du fühlst. Schaut zantig aus, ist nichts anderes als Deprivation. Und natürlich Zufügen von Schmerzen an den Grünen. Einschüchtern, ganz beliebt bei Sachs ganz offen, Sisa Milan. Aber der macht eh alles. Aber auch psychische Gewalt ist natürlich Gewalt. Ja, und manches funktioniert. Natürlich funktioniert Strafe. Natürlich kann man einen Hut so einschüchtern, dass er gar nichts mehr macht. Ist halt die Frage, ob man das will. Und ob einem der Trainer das sagt, dass er das auch so macht. Wie viele Trainer... Ich kenne kaum einen Trainer, der sagt, so jetzt schüchtern wir deinen Hut so lange ein, bis er sich nichts mehr traut zu machen. Das sagen die nicht. Sondern sie verkaufen das als esoterisch irgendwas. Und ja, ich bin ja eigentlich der Rundeflüsterer. Und das, was ich mache, ist nicht brutal, sondern das macht das Rudel so. Und das ist natürlich manchmal nicht ganz ehrlich. Und schlussendlich kann das zu schwersten Traumatas führen. Hin zu ganz passiven Hunden. Ich habe im Tier ein Hund erlebt. Ich wollte mit dem Kriketraining machen. Die sitzen nur da und bieten gar nichts mehr an. Weil sie wissen, jeder Schritt könnte ein Fehler sein. Alles, was ich mache, könnte zu einer Bestrafung führen. Sitz war eigentlich immer, da bin ich selten bestraft worden. Passive Hunde. Gibt es auch in der Kindererziehung. Gibt es, ist auch bei Menschen, Depression zum Beispiel. Wenn man nichts schafft, egal was man versucht, nichts führt zum Erfolg, wird man kassig und depressiv. Und bei Hunden ist das übrigens auch oft erwünscht. Das sind die braven Hunde. Ganz beliebt auf der Vet Med zum Beispiel. Ganz super. Die machen gar nichts mehr. Wir haben so einen Spruch. Die Leute im Tierheim wollen immer junge Hunde. Die sollen sich aber bitte wie ein 14-jähriger schwer kranker Hund aufführen. Übrigens auch der Hund von Sisa Milan, der Daddy, der gestorben ist. Der Hund war schwerst krank. Der hat Arthrosen gehabt beim Gankel, da jeder Tierarzt denkt sich, oh mein Gott. Der Hund war völlig weg. Also der hat sich alles gefallen lassen. Die Hunde haben den attackiert und der hat nichts mehr gemacht. Der war schon ein schwer kranker alter Hund. Und da sagen die Leute, boah, toll. Also die wollen gar nicht eigentlich einen Hund, der aktiv was macht, der was anbietet. Ist sehr traurig. Ja, und Tümer Toten führen und teilweise zu solchen Verhaltensproblemen. Bis hin zur gefürchteten Aggression. Und das ist dann das. Das andere ist tierschutzrelevant. Ein Hund, der passiv gemacht wurde, ist für mich psychische Folter. Wenn er aggressiv wird, ist es ein Gefahrenpotenzial. Und da, ich finde, dass man darüber nicht diskutieren kann. Ich finde, man kann auch nicht darüber diskutieren, ob man Hunde passiv und einschüchtern darf. Aber hier ist der Sicherheitsrisiko. Da geht es um Dritte. Und ich finde, dass Fernsehtraining, dass Bücher so geschrieben werden müssen, dass es, dass die Leute sicher trainieren. Und dass das Sicherheitsrisiko zumindest minimiert wird. Und zwar, ich werde mit Ihnen heute primär über Emotionen reden. Weil das ein Schlüssenfaktor im Verhalten von Hunden ist. Wir wissen, das wurde übrigens jahrzehntelang Tieren abgesprochen. Übrigens auch bei Menschen, auch in der Psychologie, Emotionen, Gefühle, wurde nicht gerne darüber gesprochen. Und Tiere sowieso nicht. Das ist vermenschlich so. So. Ich sage bewusst, Emotionen und nicht Gefühle. Der Unterschied ist der, Gefühle sind individuell erlebt und nicht nachweisbar im Leben sind. Wir gehen aber davon aus, dass Tiere eine ähnliche Gefühlspalette haben wie wir Menschen. Emotionen sind aber nachweisbar im Körper. Deswegen verwende ich diese Begriffe. Wenn ein Hund Angst hat, sendet er Hormone aus. Wenn er aggressiv ist, sendet er Hormone aus. Das kann man nachweisen. So. Und ich war immer der Meinung, dass Tiere Gefühle haben. Aber es ist jetzt auch nachgewiesen. Beziehungsweise eigentlich auch zumindest manche wissenschaftlichen Frauen ist, sich zumindest darüber zu reden. Und wir wissen, dass Emotionen eine Schlüsselrolle bei Verhalten spielen. Ganz logisch, wenn ich durch die Welt gehe und mir denke, hier hinten, dieser Hund, rechts, der Labrador. Oh Gott, was kommt jetzt? Der Hund wird wahrscheinlich passiv. Viele Labrador tendieren zur Passivität. Oder drüben der Teddy, der früher auch sich gedacht hat, oh Gott, was kommt jetzt? Nur der ist nicht passiv gewesen. Und er hat gesagt, na, ich gehe mal im Zweifel nach vor. Heute geht er durch die Welt und denkt sich, hey, was kommt denn als nächstes? Super. Da kommen gute Dinge, da kommen tolle, die Welt ist nett, da habe ich positive Dinge zu erwarten. Und was glauben Sie? Glauben Sie, ein Hund, der durch die Welt geht, sagt, oh, da ist was Neues. Ein Tisch, den habe ich noch nie gesehen. Und daran gewöhnt ist, dass da was Schlimmes kommt. Ein Hund wie er, der Silenz hat, nach wo zu gehen, das gelernt hat, das schon oft gemacht hat. Wann war gefährlicher, als er gelernt hat, hey, ist die Silenz, mal schauen, was das ist. Oder, oder eben, als er Angst haben musste vor Dingen oder vor Menschen oder vor Handeln. Und hier haben wir ein schönes Bild, das habe ich im Internet gefunden. Das führe Hunde nicht am Kettenhalsband, aber ist noch gang und gäbe. Und das Bild habe ich deswegen reingenommen, weil es eigentlich verdeutlicht, was da passiert, wenn man am Kettenhalsband fügt, beziehungsweise an der Rand zieht. Und zwar, man sieht, er nimmt die Frau wahr, höchstwahrscheinlich. Die Augen nicht, aber die Ohren sind zumindest dort in Gericht. So, und wenn ich ihn im Moment dran reiße, am Hals, egal mit was ich reiße, hat der Hund zumindest mal ein Würgegefühl. Wie wir einen Kehlkopf, wie wir eine Luftröhre, die sind hier auch nicht besonders stark bemuskelt. Das heißt, hier wird er in dem Moment, wenn es sehr sanft ist, zumindest ein Würgegefühl empfinden. Und wir Säugetiere verknüpfen die Gefühle, die wir erleben, mit dem, was wir wahrnehmen. Macht ja auch Sinn. Gefühle sind nichts Menschliches, typisches, ich weiß nicht, wie man es früher, ja, früher hat man das halt typisch dem Mensch zugesprochen, weil das ist etwas Menschliches und das macht den Menschen zu Menschen. Gefühle haben eine Funktion. Sie sollen uns helfen, die Umwelt einzuordnen und in Zukunft in den Situationen dementsprechend zu reagieren. Wenn ich auf eine Herdplatte greife und lerne, das tut weh, dann werde ich in Zukunft dies meiden, zum Beispiel. Und wenn ich in einer Situation diesen Reiz mit einem Schmerz verknüpft habe, dann wird mein Körper in Zukunft, wenn er diesen Reiz wahrnimmt, wenn er jetzt im Wort reizt, Reiz ist hier in jedem Fall der Mensch gemeint, wird er in Zukunft die Person vielleicht nicht mehr so lieb haben. Ist ja auch bei uns so. Ich werde auch nachher ein Beispiel zeigen. Hierfür ist wichtig zu verstehen, wie empfinden Hunde. Und zwar der Tastsinn zum Beispiel. Hunde haben einen ähnlichen Tastsinn wie wir. Ich bringe deswegen das Bild immer, weil das ist Werner, der Treppenmann, Mäntelchen. Ah, sieht wohl wie Mäntelchen. Ja, die haben kaum Unterwolle und der zittert und der hat kaum, am Bauch ist er sowieso kaum, der hat. Der braucht ein Mäntelchen. Das ist zum Beispiel etwas, du siehst, man sieht überall zitternde Chihuahuas zum Beispiel. Die einen Kragen ziehen wie ein Mäntelchen an, dass es lächerlich aussieht und die anderen sagen, ich bin so cool und mache es nicht. Also allein bei so, ich bringe das Bild immer, weil es die Basis ist, die oft schon nicht verstanden wird. Die Hunde zeigen uns eh, wenn sie sich nicht wohlfühlen. Und Kälte ist kein angenehmes Gefühl. Deswegen bringe ich immer dieses Bild. Und wenn wir mit Kettenheißbänden arbeiten, oder mit egal welchem Hilfsmittel, dann legen Sie es sich doch mal selber an und schauen, wie Sie sich fühlen. Hunde werden das ähnliche finden. Sie haben noch vielleicht über der Haut ein bisschen Fell. Werner hat recht wenig Fell. Wenn Sie wollen, dann geben Sie noch einen Schal drüber und kontrollieren es dann aus. Und dann sagen Sie mir, ob Sie damit geführt werden wollen. Es gibt ja auch einen Grund, warum wir uns anschnallen. Nicht am Hals, sondern hier am Brust. Am Brusthaut. Ja, und hier sind eben typische Hilfsmittel. Die verwendet werden wir am Kettenhalsbändler. Damit dann geupft. Schläge, Tritte. Ja, auch wenn Sie es im Seminar noch so oft sagen, es ist nur ein Touch. Nein, ein Tritt in die Bauchgegend ist nicht angenehm. Hunde machen es auch nicht. Also meine Hunde zählen nicht meine Anstrengel. Und ich sehe mit drei Hunden. Alpherhof, auch nicht angenehm. Wir haben auf den Rücken geschmissen. Wir haben übrigens verbunden mit Rückenschmerzen. Nicht besonders angenehm. Und das schlichtweg brandgefährlich. Man stelle sich vor, ein Schäferhund mit einem Bandscheibenvorfall. Und der Besitzer macht das nach. Oder der Fehler. Nacken rutzeln. Also man kann sich da selber mal reinversetzen. Ist das angenehm oder nicht? Und ich werde nachher die Kette durchgeben. Sie können es gerne mal ausprobieren. Ich hätte gerne einen Freiwilligen. Wer möchte rauskommen? Eine Frau, danke schön. Ich gebe das durch. Ich brauche die Kette nicht fürs Training, aber auch für die Vorträge immer. Bitte, dass Sie irgendwann wieder zurückkommen. Aber ich denke, dass niemand hier die Ede mitnehmen will. Weil mehr als Fahrradkette ist die nicht so gut gebrauchen. Und zwar, ich werde es Ihnen nicht an den Hals anlegen. Ich will nicht, dass Sie sich weht. Und Sie können gerne selber das so vorne hinhalten. Und Sie sagen, wie Sie sich fühlen. Ah, Sie haben schon mal, wollen Sie es nochmal für die Läuse, uns mal bestreiten zu fühlen? Also, ich lege das jetzt hier an dieser Kette und habe sie jetzt genau von dem Kehlkopf drauf. Ja? Und ich drücke wirklich nur ganz leicht. Und das ist ein sehr unangenehmer Druck. Ich habe jetzt wirklich noch keinen starken Zug. Ich muss mich vorstellen, man führt den Hund an der Leine und zieht ihn irgendwo weg und rückt wirklich stärker dran an. Man gibt das Ganze so und das tut dann schon richtig weh. Also, es kann gerne jeder selber ausprobieren. Danke für die professionelle... Schreibt es. Gerne. Sie können auch gerne. Also bitte nicht drucken, das ist wirklich gefährlich. Ich mache es mal selber mir vor, weil das ist eh schon schön gemacht. Legen Sie es mal nur an den Oberarm an. Und Sie müssen es nicht auf Würden stellen. Das argumentieren ja viele. Na, wir machen es eh nicht auf Würden. Die Kanten bewirken, dass der Druck auf einzelne Ecken gepresst wird. Das ist wesentlich unangenehmer als ein runder Falsband oder natürlich am besten ein Brustgeschirr. Oder Druck mal weg vom empfindlichen Hals kommt. Legen Sie sich das nur mal an den Oberarm. Und stellen Sie sich vor, Sie rennen rein und reißen es mal dran an, wie manche dran befreien. Sie können aber wenn Sie sagen, ich habe Hass, dann tun Sie den Schal drum. Probieren Sie das mal aus. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind schon bei Hunden. Ich weiß nicht, es sind Menschen, im Umgebung herzeln ja Menschen. Sie treffen ganz selten auf Menschen, wissen nicht genau, was Sie von denen halten sollen. Und das wollte ich einfach vorführen, aber jetzt erzähle ich es mal. Stellen Sie sich vor, wir machen jetzt eine meditative Übung. Sie stellen sich einfach vor, Sie treffen auf Menschen ab und zu. Und jedes Mal, wenn Sie die sehen, kriegen Sie ein Würgegefühl zumindest. Sie werden sich nicht denken, na wie toll, Hunde zu treffen, Menschen zu treffen. Wenn ich da auch noch gerissen werde, ist das heftigste Schmerz. Und genau so entstehen viele Verhaltensprobleme. Überall noch verbreitet, übrigens um Prüfungen abzulegen, die kein Mensch weiß, warum er sie braucht, verpflichtet am Hundeplatz. Ist auch, es ist überall zu kaufen, es ist günstig, es ist so banal, weil es jeder trägt, dass man sich gar nicht mehr Gedanken darüber macht. Einfach mal selber anlegen, wie das ist, von solchen Ketten gedrückt zu werden. Ja, das ist eben so ein Beispiel, was schnell passiert. Ein Leinenimpuls, der Hund macht nicht, was wir wollen, wir reißen ihn zurück, kann auch schlichtweg seine Sicherungsmaßnahme sein. Der Hund ist auf die Straße gerannt, wir müssen zurückrennen, weil wir nicht zurückreißen, weil wir nicht aufgepasst haben. Das muss gar nicht böse gemeint sein. Was passiert? Der Hund bekommt einen Schmerzimpuls. Und das, was er sieht, wird er damit verknüpfen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Elektroheißbänder in Österreich verboten wurden. Nicht aus Tierschutzgründen, vielleicht auch. Aber weil man Studien hatte, wo man wusste, gerade ein Elektroheißbänder, das ist ja nichts anderes als ein Schreckreiz oder ein Schmerzreiz, der dem Hund zugefügt wird. Wenn der Hund in dem Moment zum Beispiel ein Kind wahrnimmt und heftigsten Schmerzen findet, kann es sein, dass er in Zukunft heftigste Probleme mit Kindern hat. Und das ist dann teilweise unberechenbar. Ist übrigens auch ganz gefährlich, wenn man Hunde bei Trainern abgibt, ist ja auch teilweise ganz beliebt. Zum Beispiel der Organisator des Events, dieser Milan, ein Trainer, leider auch aus Verarlberg, wo ich herkomme. Bei dem ist es so, da geht man die Hunde ab zum Trainieren. Und ich habe noch nie zugeschaut, der stellt zwar seine Videos online, da kann man sich seinen Teil denken. Die Sache ist die, wenn sie das machen, sie wissen nicht, was passiert ist. Und die Hunde sind unberechenbar dadurch. Wenn ich zu einem Training gehe und ich bin dabei und sehe, ob ich jetzt zuschaue oder nicht, der Unterschied ist der, wenn der Hund nachher aggressiv auf Kinder ist, kann ich es nachvollziehen. Dann kann ich mir denken, ja stimmt, da ist ja gerade ein Kind vorbei geraten und er hat in dem Moment das und das gemacht. Wenn ich nicht dabei war bei dieser Misshandlung, dann kann ich es nicht nachvollziehen, warum er manche Verhaltensweisen zeigt. Und wenn ich jetzt positiv arbeite zum Beispiel, dann können meine Kunden alle nachvollziehen, warum der Hund in Zukunft zum Beispiel dieses Verhalten zeigt. Stimmt, wir haben den Hund ja, als er Kinder gesehen hat, einen Keks reingeschoben. Also, diese Schmerzreize, je intensiver er ist, desto effektiver. Und wenn es sehr traumatisierend ist, hat man sehr schnell verhaltensgestörte Hunde. Ja, das war ein Bild in einer Tierarztklinik. Der Hund war die ganze Zeit auf Zug, war die ganze Zeit am Hechtel und bekam kaum Luft. Ja, kann man sich vorstellen, wie gern der in Zukunft in eine Tierklinik reingeht. Oder in diese zumindest. Ja, das heißt, ein wichtiges, das ist auch die Hauptmessage meines Vortrages, eine der effektivsten Trainingsmaßnahmen, und das sichersten, wo man nichts falsch machen kann, ist, zu versuchen, dass der Hund die Umwelt so positiv wie möglich empfindet. Das heißt, man muss nicht mal schmerzhaft arbeiten, gerade Schreckreize wie die Wasserspritzpistole. Entweder sie wird bornet, weil der Hund sich denkt, hey, wir fein, ich werde nass gespritzt, dann haben wir gar keinen Effekt. Wenn ich aber den Hund wirklich geschrecke, wird er natürlich das mit der Situation verknüpfen. Überlegen Sie sich mal, wenn Sie irgendwo mal erschreckt worden sind, und Sie kommen in diese Situation wieder rein, zum Beispiel mit dem Auto fahren, hatten Sie einen Autounfall, und Sie fahren an derselben Sprechung vorbei, die Leute schildern, jedes Mal habe ich wieder Angst oder bekomme eigenartige körperliche Zustände. Also, auch harmlose Mittel können gefährlich sein. Das zweite Bild ist dieser Goldie, der trägt ein Andi-Zughalsband, das hier scheuert. Das heißt, er bekommt natürlich auch Schmerzen, wenn rangezogen wird. Ja, Elektrohalsbänder sind sowieso verboten. Es ist klar, dass das nicht sehr gefährlich ist. In der Mitte unten sehen wir eine Schepperdose, ganz links sind die Rüttel-Elemente. Wenn sie als Schreckreiz verwendet werden, ich kann auch schütteln und dann ein Leckerchen geben, aber wenn ich sie dem Hund nachschmeiße, um ihn zu erschrecken, besteht das Risiko, dass der Hund Angst bekommt, erschrickt, und dementsprechend keine positiven Reaktionen zeigt. Entweder er bekommt Angst, bzw. bekommt er Angst, und darauf kann er mit Passivität oder mit Aggression reagieren. Ja, Strühalsbänder mit Wasserspritzdingern, auch wenn es, was ich weiß, wenn es mit Säure ist, ist verboten. Aber ist immer noch sehr beliebt, auch mit Wasser, ist das ähnliche Prinzip. Und beim Halt, die auch, ja, ist so eine Geschichte, dass halt die Sache ist, dass wenn man etwas sieht und immer weggezogen wird, ist das auch kein angenehmes Gefühl. Und man kann sich nicht positiv auseinandersetzen mit dem Reiz. Deswegen habe ich das auch hier reingenommen. Ja, und stattdessen sollte man lieber ein sicheres Equipment verwenden. Selbe Situation, zwei Rottweiler hängen in der Leine. Der linke hängt im Halsband, er wird in dem Moment keine Luft bekommen, er bekommt ein Würgegefühl, nicht angenehm. Der rechte Hund hängt auch in der Leine, ist im Brustgeschirr, hat zumindest kein unangenehmes Gefühl in dem Moment. Und ich verhindere eine Fehlverknüpfung. Eine der einfachsten Sicherheitsmaßnahmen, wie man Aggression, zumindest in einem Einschritt davon, um Aggression zu verhindern im Ursprung. Weil wie oft entsteht Aggression, weil der Hund immer wieder die Leine erlückt ist, immer wieder, wenn der Hund es sah und dann auch brav genossen, dementsprechend aggressiv reagiert. Dankeschön.